Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Lords Mobile. Ich werde es mal starten. Ich habe gerade meinen Account geladen, meinen letzten. Mal schauen, ob das richtig ist. Oh ja, das könnte richtig sein. Nein, ein Euro, so viel Geld habe ich nicht. Erhalten, holen, zack, entfohlen. Ah, ich brauche eine Gelde. War ich mit dir nicht in einer Gelde? Wahrscheinlich haben sie mich rausgeschmissen. Das kann sein. Abholen. 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 Eine Kiste aufmachen. Eine Kiste aufmachen. Hier, ich küsste die Quest. Starte mir. Zack. Die Quest habe ich da nicht. Ich muss erst in eine Eintreten. Beitreten. Eintreten. Ach ja, anfragen möchte ich nicht. wenn man gleich direkt noch beitreten Englisch Englisch alles Englisch aber warum Englisch Suche Sprache Deutsch und Suche mir ein Stück wird gut an ich bin jetzt in der Gel Gurkenkrieger gut das letzte Mal vor 21 Tagen waren die online dann werden sie ja gar nicht mitkriegen dass ich hier war ach da war einer online ok dann das letzte Mal vor 21 Tagen war es reingeschrieben so der läuft der läuft und jetzt kommt die Tagesqueste hier lockt ein Geschenk abholen 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 ein Fürst wo warst du 1 2 1 2 2 1 2 2 3 vielleicht auch viel schneller gut, dann zwar wieder scrollen, scrollen Was ist das jetzt für Details-Quest? Ich habe sie nicht gelesen Das macht gratis mit 50 Cent, mein, das ist das Preiswert So viel Geld habe ich nicht Ah, Tür öffnen, das war alles So, jetzt verwende Emulsion Eiken Ok Zack Kiste Die nächste Quest Baue oder verbessere ein Gebäude Bauen oder verbessern? Verbessern Also, ich bleib mal beim Verbessern, weil hier sind sehr viele einsam Was der Button Emerson verbessern? Nein Egal Wie nehmen wir einfach ein Gebäude, was klein ist, hinter mal ein kleines Gebäude Na Bewässern Sofort Gaktis Ok, fertig Erforsche Technologie Da würde ich jetzt mal sagen, jetzt bleiben bei Wirtschaft Das geht nicht mehr Das kann ich forschen Ich bleibe Das geht nicht mehr Ja Ich brauche An Ich brauche Geheimkiste muss doch ein 30 Sekunden Spende Ich muss einem helfen? Ok, ist gerade kein Online. Ich bin gelaufen. Verwende Items, die in der Tasche um Ressourcen tippt sind. Ok. Zwei Stück. Und nutzen wir noch den hier. Die ist jetzt auch wieder da. Genau. Halten. Und... Da muss einem helfen, das geht leider nicht. Hm, da steht noch eine 3. Achso. Hm, weiter. Für meine Items, die in der Tasche. Zwei Stück. Ah, beim Bauen. Gut. Gut, gut, gut. Wird gemacht gleich. Was ist das so? Ach nee. Auf der Internetseite. Hallo. 29 Tage habe ich noch Zeit. Also immer einen ganzen Monat. Ok. Ok. Dann... Die Mauer. Verbessern. Verbessern. Hilfe. Beschleunigen. Nutzen. 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 Haha. Hat genau gepasst. Und die Tagesquest auch fertig. Dann haben wir jetzt noch... Verwende Energie. In dem Monster... Auf den König. Reicht gerade. Erst. Ok. Ja. Sind hier Monster. Da ist ein Monster. Muss ich erst freischalten. Monsterjagd. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo waren die Akademie? War das die hier? Ja. Monsterjagd. Ah ok. So. Das kann ich noch gar nicht. Ach je. Forschung. Zack. Flügel. Oh. cym. Pfli diagnose. Pfliования. Blüffel. ZAACK. ZAACK. Nur ein Monster da, das kann ich nicht angreifen. Ärgerlich. Na dann, also es geht nicht. Ob ich ihn auch zu klein führe, verwende Ausdauer in der Innenstufe. Das kann ich machen. Kampf. Einsatz. Automatik. Ich glaube es ist kein Automatik. Ich glaube es ist kein Automatik. Interessant. Ich glaube es ist kein Automatik. Ich glaube es ist kein Automatik. Ich glaube es ist kein Automatik. Ich glaube es sind kein Fang erspäme. Ichato. Ein senior through. Komm dort. Wir haben einen neuen Helm. Vielleicht stellen wir noch ein Anschluss. Und schneider in die Krise besser. Das war's für heute. Hei doch! Justice ist hier! Interessant. Aw, you're no fun. Yay, we won! Fountain of the round? Ja, okay. For honor. 60 Energie musste ich, das war 10 auf die Fallschrankte. Justice ist hier! Justice ist hier! Justice ist hier! Flie, you fools! Charge this! Interessant. Das ist hier! 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 Das ist hier, aber die Frau macht den Leiv-Fibro. Das ist hier! 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 Ja, es waren 60. Ah, das ist der da. Wieder 6. Ok, Rest in Pieces. Gut in Frieden. das war der zauber sprach von wie sie die heilung raushauen ok da kommt die schneekönigin bei denen die schwächste ist möchte ich sie als erstes ausrüsten für kin und country finally a worthy opponent oh and finally a worthy opponent nice nice life is far more terrifying than death finally life finally ok die beiden haben jetzt hier schon ein plus sozusagen also grünes Schild gut immerhin sind noch grau wir sind als nächstes dran noch 10 Aufgaben hab ich hier hmm lust kampf gegen die schneekönigin danach kämpft sie für mich schrei justice is served justice is here da ist er jetzt kämpft sie für mich juhu neuen Helm Welcome to my winter wonderland und dann nehmen wir jetzt einmal raus dann nehmen wir die hier raus Level 5 dann nehmen wir die hier ne doch Level 5 und die rein Welcome to my winter wonderland Ich bin holler Ich bin zum nächsten Mal Oke da hat er gerade genommen so Okay, das. Oh, kann ich selber was für Schnee reden? Ah, eingefroren. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Der hat sich hier. Okay. Let the storm rage on. Okay. Interesting. Judge me by my size, didn't you? Justice is here! You're on thin ice! No! The snow queen is down. How can this happen? He's coming. To be a chilly day. Nice. Thank you. I have a good idea. You are going to be in this fight for us. You're right. You're right. It's coming. I have no clue of this shape. Da muss ich noch mal rein. Ich kann nicht. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. 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 Willkommen in meiner Winter Wonderland. Okay. Jetzt nehmen wir die hier raus. Super. 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 Du, 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 du! Du bist so thin, ich sehe! Du standst bei meiner Seite, nicht wahr? Halt! Justice ist hier! Hello! Gott sei! Ja wei, 3 Sterne. Oh, ich brauche noch 2 Kämpfe. Oh, ich brauche noch ein paar. Ich brauche noch ein paar. Oh, you fools! Justice is served! You're on thin ice! Justice is served! I don't teach kids these days! oh Ich glaube noch einen ist durch, oder? Jawohl, einer noch. Dieser Kampf noch. Der Kampf schon. Sie sind auf dem Wasser. Der Kampf ist hier. Die Zwergenfrau. Kommt bestimmt gleich noch der Zwergenkönig. Ach nee, das ist das. Doch, das hätte ich jetzt müssen. Nee, da kommt doch nicht. Ja. Oh, da ist die Zwergenkönig. Den krieg ich dann auch, soweit ich weiß, als Kämpfer. Das ist die Zwergenkönig. An arrow through the sky, an arrow through. Life is far more terrifying than death. Finally. For kin and country. Okay, dann haben wir. Und das, das geht gerade nicht. Äh, das kann ich nicht machen. Ich trainiere 150 Leute in der Kaserne. Was für Leute. Nochmal. Okay. 100. Trainiere Truppen in der Kaserne. Achso, irgendwelche. Gut, dann. Diese hier. 140. Ach, ich bin 150. 150. Hm. Hm. Hm, hm. Dann machen wir das anders. So. Die sind ja am trainieren hier. Speed up. Auto Nutzung. Okay. Habe ich 140 trainiert. Und hier ist noch einmal 10 Leute. Okay. Habe ich 140 trainiert. Okay. Jetzt holen wir die Quest drauf. Fertig. Jetzt haben wir noch 50 Leute heilen. Dafür muss ich Angriff machen. So haben wir 3000. Okay. 3000. Das dauert ein bisschen länger wahrscheinlich. Oh, alle meine Leute. Ja. Die Monster kann ich nicht so durch angreifen. Deswegen ist das okay. Eine gute Marsch. Wie lange war das damit? Keine Ahnung. Egal. Ähm. Was ist das hier? Wie lange war das damit? Nun. Dann sehe ich es besser. Gut, gut, gut. Ja, gut. Das war mir nicht, so, mir nicht, so, mir nicht. Dann war's das für heute. Das kann ich nicht machen. Und das kann ich nicht machen. Dann muss ich erstmal forschen wie das geht. Gut. Wann war es das für heute? Muss ich hier nochmal angucken? Ja. Ich bin noch Zeit im Endeffrei. Super. Ach, was ich noch nicht fertig machen kann. Hier habe ich noch drei Nachrichten. Achso, für eine Beförderung meiner Helden. Ne, schon. Ja, hier. Mehr Punkte. Mehr Punkte. Zwei habe ich noch. Und den letzten. Mehr Punkte. Zwei habe ich noch. Und den letzten. Was ist denn? Perfekt. So, jetzt bin ich schon VIP 4. Schön. Ist das so etwas, was ich machen kann? Ich könnte noch einmal kurz um meine Stadt gehen. Da rein. Und... Ja, okay. Das einmal entgegennehmen. Mein Geschenk. Könnte ich jetzt einmal... Gruppe ausbilden. Immer Fußsoldatin trainieren. Da oben haben wir... Okay, da ist... Hier eine Forschung kann man noch machen. Wirtschaften. Ah, geht nicht mehr. Akademie muss auch hier sein. Dann machen wir das halt. Und... Was kann ich noch machen? Etwas ausbauen. Genau. Und dann nur... In den Tresor. In den Tresor. Ist nur 5 Minuten. Und das... Ach gut, ach gut. Ach gut, ach gut. Ach, ist gratis. Ach gut, Mensch. Und ist das auch gratis, oder? Ja. Alles gratis hier. Ist doch ärgerlich. Das kommt wohl schon, weil ich jetzt so auf VIP4 bin. Das kommt wohl schon, weil ich jetzt so auf VIP4 bin. Ich muss erst mal eins auf 4 machen. Erst mal eins auf 4 machen. 4, 4, 4, 4. 6, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15. Forschung ist auch schon wieder fertig. Ich kann heute nicht weiter. Wirtschaft. Oh, jetzt geht der hier auch. Ah, das wird bestimmt etwas länger dauern. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was für eine Quest habe ich gerade fertig gemacht. Ich weiß es gar nicht. Hab ich gelesen. Nur ein Mist. So, dann der jetzt zu verbessern auf 5. Ok, jetzt haben wir es. Gut, das war alles. Jetzt läuft da oben nochmal etwas. Was ist das? Ach, wieder 3 Talentpunkte. Da unten leuchtet nur einer. Da unten leuchtet nur einer. Ich hoffe, ich muss das mal ausschalten können. Hier bei Facebook. Mensch, das nervt mich aber immer. VIP. Nur das VIP leuchtet hier. Kann ich auch beschleunigen, damit ich die Truhe benutze. Hm. Nutzen. Okay. Das haben wir da drinnen. Hier haben wir noch diese Aufgaben. Die 7. Eine hab ich ja gerade fertig gemacht. Wie war das? Sammeln der Stücke oder? Jo. Sammeln jetzt. Jetzt sind doch noch nichts zurück, oder? Ich glaube, wir sind schon zurück. Meine Leute. Herz hab ich gemacht. Und. Und, und, und. Stein. Gut, 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 gut. Aber trotzdem war es das jetzt für heute. Jetzt endlich. Geh noch in der Stadt rein. Einmal kurz gucken. Was war das hier? Zuflucht. Also. Kann ich mein Armee erstmal schützen. Falls ich angegriffen werde. Eine bis zwölf Stunden. Sehr gut. Dann war es das erstmal für heute. Ich hole mein Ticket ab. Ich sag schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei seid. Bis dann wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschau tschau, tschau tschau. Tschau tschau. Vielen Dank.